Hi Leute, ich mache heute eine Abendroutine von mir und ja, dann fangen wir hier mal an. Da ich als Schauspielerin arbeite, komme ich erst ganz spät nach Hause. Und dann schmeiße ich mich mal schnell aufs Bett, weil ich so müde bin. Und hole mir meinen Laptop. Dann gehe ich entweder auf Spectras Seite oder ich gehe mal in die Monster Book schauen. Oh, Bibi hat ein neues Video runtergeladen und Spectras hat ein neues Beitrag geteilt. Das schaue ich mir gleich mal an. Danach stehe ich wieder auf und mache mich schön. Aber nicht für die Arbeit, sondern fürs Bett. So, ja. Dann ziehe ich mir meine Schuhe aus und lege mich langsam ins Bett. Und geschlafen. So Leute, da die Laguna beim Video eingeschlafen ist. Ich meine, wir haben morgen und die macht ihre Abendroutine und schläft dann wieder ein. Und ja, deshalb, ja, werden wir einfach mal, werde ich tschüss sagen. Gebt einen Daumen hoch, abonnieren nicht vergessen und liken. Und nochmal, vergesst nicht bei Monster High Lipstick vorbeizuschauen. Tschüssi. 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 Vielen Dank.